jetzt gucken wir wie es weitergeht diesen typ oder diese Person mit der ich sag jetzt mal Gasmaske sehr interessant neue Mission South by Southwest jo da gucken wir mal rein Der unsichtbare dritte Furone ah das ist Anspielung auf einen Alfred Hitchcock Film Der unsichtbare dritte das ist ein sehr guter Film ein richtig guter Film Der unsichtbare dritte von Alfred Hitchcock nur zu empfehlen das Titelbild sieht übrigens von dem Film genauso aus wie das Bild das wir jetzt hier gesehen haben ich gebe dir freie Hand Krypto die Zeit ist reif diesen kleinen kriegigen Majestic so richtig eskalieren zu lassen dafür wirst du eine schlagkräftigere Waffe brauchen Sei vorsichtig mit dieser Waffe Krypto sie kann auch dich verletzen wenn du hier zu nahe kommst Kleine grüne Menschen Ok Ok Außerirdische Ja wo muss ich jetzt hin Was steht da halt ähm Ach Töte Menschen Zerstörer Fahrzeuge Ach du Schande Hilfe Hilfe Sie wollen uns hier Wir sind ein Wir sind ein Wir sind ein Ich hab ganze Dörfer in Korea. Glaubst du, ich habe Angst vor dir? Weg da! Ist nichts mehr drin, was Transmog, ja, was, was bedeutet das? Du bist Fallnastin! Knie vor den Wiener! Was zur Schonelegung! Martha, hol mir die Schrotflitte! Den Schädlich schnapp ich mich! Tut weh! Respektiert die Polizei! Oh! Sprich Fallnastin! Oh! Mein Korb ist schuldig! Hilfe! Wir werden von Zwergen an... Aus dem Weg, Polizei! Zur Seite mit dir! Bewegt dich! Bis dem Schussfeld! Auf den Boden legen! Oh, irgendwie weiß ich nicht so richtig, was ich machen muss jetzt. Ganz... Kleine grüne Menschen! Bewegt dich! Du stehst im Schussfeld! Aus dem Weg! Stehen! Stehen da! Kommen du nur hin! Oh! Was war's? Oh! Stopp! Aus dem Weg! Polizei! So ein Alter mit dir! Stopp! Lass mich am Boden leh! Stopp! Das kannst du nicht machen! Oh! Anich! Du stehst im Schutzfeld! Aus dem Weg! Auf! Bewege dich! Wir fallen auf den Boden legen! Polizei! Welche? Fieger? A! Ich kann A! Okay. Zerstörer Fahrzeuge. Zerstörer Fahrzeuge. Die Kommunisten, wir werden angegriffen. What? Alles, was nach Majestic aussieht. Zeig ihnen, was Zerstörung bedeutet. Alles, was nach Majestic aussieht? Ja, aber wo ist denn das? Ah. Feuer! Ah! Wetter um das erwischt! Raus der Schussbahn! Martha! Komm schnell! Da frisst ein riesiger Haarloser Hamster unsere Rüden! Sie überhuttes Allesersitzungsverfahren. Töteragent mit Ion, die tun haben. Hey! Hallo! Ah! Ah! Oh! Oh! Du stehst mir in der Schussbahn! Aus dem Fick! Gottverdammt! Oh! 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 Was ist der irdische? Nichts mehr. Ah. Okay. Ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Du, da ging mit den, äh, äh, den's Detonatoren. Aber, ähm, die Frage ist, äh, die, die, die gehen doch gar nimmer. Ist doch leer. Access to us, ne? Was hat sein jetzt da ärgert? Schlippen. Ich kann, du,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ok. Achso, ich muss im Schiff. Ich muss im Raum, Schiff. Ja, 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 ja. Nicht auf mich ballern. Hallo? Es ist Zeit, die Majestic Plage in dieser Stadt zu eliminieren. Finde den Majestic Stützpunkt in dieser Stadt und zerstöre ihn. Oh, ich hab nix mehr. Oh, ho, 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 ho. Toll. Die ballern aber auch die ganze Zeit und haben irgendwie unerschöpflichen Munitionsvorrat. Das ist ja unglaublich. Also das ist ein bisschen komisch. Die Menschen mit ihrer primitiven Technik, die haben unendlich Munition. Und ich als Alien, bei mir ist es mit Laserplaster und alles, das ist nur begrenzt irgendwie. Das ist schon ein bisschen komisch. Es ist Zeit, die Majestic Plage in dieser Stadt zu eliminieren. Finde den Majestic Stützpunkt in dieser Stadt und zerstöre ihn. Die Schilder werden auch zu schnell, äh. Hallo? Ja, und zerstört. Boah, und ich fliege auch jetzt mal aus dem Ding raus. Laden, laden, laden. Es ist Zeit, die Majestic Plage in dieser Stadt zu eliminieren. Finde den Majestic Stützpunkt in dieser Stadt und zerstöre ihn. Kann ich mein Schild jetzt nicht mehr aufladen, oder was? Oh, wie soll ich denn den treffen? Hmm. Hm. Untertitelung. BR 2018 Es ist Zeit, die Majestic-Plage in dieser Stadt zu eliminiere! Hütten die Majestic-Stützpunkte in dieser Stadt und zerstör ihn! Wo ist denn? Exkluge! Papa Fressa! Sankt! Hat ihm mal die facken Blatt geblieben? Kleine grüne Männchen! Ja! Sie wollen uns ein kleines grüne Männchen! Außerirdischen! Fass! Fass! Jetzt höre ich das hin. Hier komme ich jetzt nicht weiter. Und vor allem, ich habe ja schon gar keine Energie mehr wieder. Wo soll ich jetzt Energie hier holen? Hey, irgendwie, ich kapier's nicht. Ich kapier's nicht. Wie soll ich das schaffen? Ich kapier's nicht. Es ist Zeit, die Majestic-Plage in dieser Stadt zu eliminieren. Finde den Majestic-Stützpunkt in dieser Stadt und zerstöre ihn. Na komm, nix, 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 nix. Nix, 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 nix. Nix, 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 nix. Alles auch rein. Nix, 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 nix. Und die Schüsse? Jetzt müssen wir werden, Kleiner! Ich habe nichts mehr, ich habe nichts mehr! Ich habe schon nichts mehr! Und ich kann keine andere Waffe einsetzen! Das ist blöd! Also das ist jetzt echt doof! Das gefällt mir jetzt nicht! Da wo man am meisten zerstören muss und am meisten Gegenwehr und Angriff kriegt, hat man jetzt irgendwie die blödste Waffe! Also das ist jetzt blöd! Also das verstehe ich nicht! Und man muss tausendmal dasselbe machen! Es ist Zeit, die Majestic Plage in dieser Stadt zu eliminieren! Finde den Majestic Stützpunkt in dieser Stadt und zerstöre ihn! So und schon ist, äh, äh, und schon ist es wieder leer! So und ich habe schon, ich habe schon nichts mehr! Wie kann ich denn da wechseln? Wie kann ich denn die, wie kann ich denn die Dings wechseln? Die Shift! Ah, okay, das ist das! Äh, ja! Und ich werde aber dabei immer beschossen! Äh, und hab jetzt schon die Waffe mehr! Sie wollen unsere Lebensart vernichten! Das ist irgendwie mittelprächtig, ne? Hm. 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 Und es gibt dann nur vier. Oh, und ich werde dabei wieder beschossen! Oh Mann, ey, das ist... Das ist doof jetzt! Das gefällt mir nicht! Das lädt sich nicht von selber auf! Ich bin jetzt Aglai platt! Aber kann ich die Schilde nicht aufladen! Sie kommen! Sie kommen! Sie kommen! Bleiben grüne Menschen! Oh, die Marine! Hallo! Juhu! Ich will runter! Nee, ich will doch... Ich will doch die Energie! Ich will doch die Energie! Ich will doch die Energie! Gibt's aber bloß so, so probliche, weniger Energie-Dingens! Sie wollen unsere Lebensart vernichten! Nein! Dann zeig mal, was du dran machst! Oh, ich war wieder beschossen! Kommunisten! Wir werden angegriffen! Oh Mann! Oh Mann! Das ist echt... Ja! Es ist Zeit, die Majestic-Plage dieser Stadt zu eliminiere! Finde den Majestic-Stützpunkt in dieser Stadt und zerstöre ihn! Kürst du dich! Nee! Ja! Ja! Nicht! Ja! Ja! So! Und schon hab ich keine Energie wieder! Und schon neig die Energie weg! Und ich war beschossen. Ich war ständig beschossen. Ich werde ständig beschossen. Und hab schon fast geschildert mehr. Und diese tolle Wunderwaffe. Hallo. Geht es mal kaputt? Die Schilde regenerieren sich nicht. Und es sind so viele Ziele, wo man zerstören muss. Und... ... Es ist Zeit, die Majestic Preise. Die Klage in dieser Stadt zu eliminieren! Finde den Majestic Stützpunkt in dieser Stadt und zerstöre ihn! Das ist jetzt blöd! Das ist jetzt richtig blöd! Nein! Nein! Kommunismus! Martha! Komm! Ein Außerirdischer! Ich muss weg! Extra für Restfischer! Na komm, Mädchen! Sie! Majestic Stützpunkt zerstört! Das sollte Ihre Schließmuskel für eine Weile stopfen!